Musik Mein Opa sagte einmal, dass die Mauer einen Rand hat und dass die Menschen früher unten auf dem Boden lebten. Er sagte, die Erde sei rund. Klingt verrückt, oder? Wie kann man auf einer Kugel leben? Und woher weiß er von diesem angeblichen Boden? Wir leben schon seit mehreren Generationen an der Mauer und bisher hat noch niemand, auch nur die Spur einer Decke oder eines Bodens gefunden. Die Mauer erstreckt sich unendlich weit in alle Richtungen und ihr Inneres versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn er nicht die Zyrix wären. Diese Kreaturen greifen wie ein Uhrwerk an, also solltest du dich nicht zu weit aus der Deckung wagen. Aber manchmal müssen wir diese Ausflüge trotzdem machen. Früher oder später werden die derzeitigen Minen erschöpft sein. Die einzige Chance, eine solche Expedition zu überleben, ist dein Robo-Spider, der mit ihm verbundene Mauerläufer-Notanzug. Aber selbst mit der richtigen Ausrüstung kommen nicht alle zurück. Nicht einmal die Hälfte von ihnen tut das. Aus irgendeinem Grund möchte ich immer mehr glauben, dass diejenigen, die nicht zurückkehren, genau diesen Rand gefunden haben, von dem mein Opa sprach. Vielleicht haben mich seine Worte mehr berührt, als ich dachte. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Mauerläufer geworden, um den Rand der Mauer zu finden. Wall World So, moin sind meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Trash or Treasure. Wall World heißt das Spiel. Gibt es gerade kostenlos bei Amazon Prime. Und da habe ich es mir gleich mal geschnappt, um einfach mal zu gucken, was ist das. Und mit euch zusammen entscheiden, Trash or Treasure. Was Gutes oder was Schlechtes. Schauen wir mal, die Grafik lässt auf jeden Fall darauf deuten, dass es ein sehr altes Spiel ist. Ja, und ich würde sehr gerne den Ton ein bisschen leiser stellen. Stärie 1, ja. Ich will den Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen normal. So, und jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen. Ah, tut das nicht gut. So, ein bisschen leiser noch. Oh, wie schön das ist. Verrückt, um Gottes Willen. Mama, kein Mist mit mir. So. Dann schauen wir doch mal, was das ist, oder? So, ist alles erledigt. Gut. Deep Thread, DLC. Wir enden ein Spiel. So, wir fangen einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Ich kann euch echt nichts darüber erzählen. Deswegen lasst uns einfach mal reinschauen. Vielleicht ist es absoluter Schrott. Wir schauen mal. So. Sieht so ganz komisch aus. Naja. Wir werden sehen, was es ist. So. Eingang zur Mine finden. So. Hä? Was hier bin ich? Okay. Du hast den Eingang zur Mine gefunden. Wir tritt die Mine mit R. Okay. Um deinen Robo-Spider in die stationäre Mode zu versetzen und mit dem Graben zu beginnen. Spider stabilisiert. Stabilisiert. Trenne die Verbindung zum Spider mit E und beginne mit dem Abbau. Okay. Okay. Zerbrich einen Stein mit deinem Plasmabohrer. Verwende den Sauger, um heruntergefallene Ressourcen einzusammeln. Gehe zurück zum Spider, um sie abzulegen. So. Ja. So. Was? Die Zorix greifen die Spider an. Geh zurück und verbinde dich mit ihm. Okay. So. Wie verbinde ich mich denn? Äh, mit Spider verbinden. Ach, eh. Okay. So, und nur schießen. Okay. Okay, dann, äh, die Verbindung mal wieder trennen und Attacke, ne? So. Huch. So, geschafft. So. Okay, das dauert ein bisschen länger hier. Okay, da. Ah, da ist noch was. Na komm, mich kaputt. Okay, soweit müssen wir gar nicht runter entscheiden. Wie greifen die schon wieder an oder was? Hey. Okay. Äh, sie greifen schon wieder an. Okay, dann lass uns mal zurück. Wir müssen die Spider wieder retten. Uh. So, du kannst jederzeit in deinen Spider springen und dich entlang der Mauer auf der Suche nach Wald drin. Okay, sehr gut. Hier ist etwas kaputt, hä? Könnte das sein? Okay, ja, wisst ihr was? Wir gehen mal irgendwie weiter. So, die Mine verlassen. Auf R. Okay. So. Gehen wir mal weiter. So, gucken wir mal, ob es hier noch irgendwo eine Mine gibt, hä? Halt, das ist aber, da kommt was. Okay. Da gehen wir doch glatt hin. So, ein bisschen runter. Nicht so weit, nicht so weit. Okay. Ah, so. Okay. Sehr knufig. So, dann wollen wir mal. Hey, on fliegt da einfach weg. Ah, ja. Und diese Viecher schon wieder, oder was? Oh. Okay. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh. Dann Robo-Spider wurde zerstört. Okay. Ich bin ein Loser. Kaufen? Kaufen? Für was? Kaufen? Habe ich nicht genug. Okay. Kaufen? Nein, nein. Ach, da oben stehen die Preise. Huch. Ich habe ein ganz teures Ding gekauft. Entschuldige. Das wollte ich nicht. okay der das spiel ist bescheiden sage ich mal der neue fähigkeit okay ermöglicht es bitte es dem spider schnell die wand hinunter zu sprinten okay jetzt schießt er einfach warum schießt denn wir gucken wir mal unten ob unten irgendwas ist vielleicht finden wir hier ja noch irgendetwas an an ja ist es denn sagt doch da genau mine soweit okay er macht schon davon alleine okay so dann wollen wir doch direkt mal raus oder die piecher sind gleich schwäler da muss mal kurz zurückschwimmen ja hörst du da sind sie schon okay erledigt wir haben sie erledigt okay jetzt kommt erstmal nichts mehr von diesen viechern okay da ist nischt na so wollen wir doch gucken na was haust du einfach ab menschen kinders so schön hier geblieben okay stopp die viecher kommen schon wieder lasse ich mal kurz hier rin zeig wo sie sind okay das ist erledigt aber nicht ein bisschen schneller das ist echt lahmarschig hey sack alter tschüss darf doch einfach nicht wahr sein oder so ich nehme den ab und nun los bin aus dem bild raus halt einsaugen nicht abschießen so da oben ist noch was ach wir sind voll okay so dann lass uns mal fix zurück weil die komische kreaturen kommen da gleich schon wieder auf ö Ja, das ist ziemlich blöd, dass das Ding so lahmarschig ist. So. Und weiter geht's. So, dann wollen wir mal da runter. Okay, hier haben wir jetzt eingesammelt. So, da wollen wir dann noch hin. Ja, lass mal. Achso, ja genau, ich muss ja so machen. Hey, ich nehme das mit. So. Oh, da ist noch was. So, wir sind schon wieder voll. Okay, lass uns mal irgendwie zurück. Oder? Was ist hier los? Wie funktioniert das denn? Muss ich das hier irgendwie reinpacken? Ah. Okay, jetzt sind wir wieder leer. Da kommen gleich schon wieder die nächsten Viecher. Ich glaub's ja kaum. Hey, was fliegt denn der Scheiß so nach unten? Das ist total uncool, Freundchens. Okay, zurück. Oh oh, oh oh. Ich komm zu spät. Ich werd zu spät kommen. Alter, sie schießen schon. Ey, sie ballern schon. Oh Gott, oh 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 oh. Das ist aber böse. Das ist sehr böse. So, hier hoch. Okay. Ah, ich bin schon wieder draußen gewesen. Schon wieder. Okay. Hier haben wir die Mine schon fast erledigt. So, hier denke ich ist auch nicht mehr allzu viel, ne? Ja. Aber da geht's noch nach oben. Ah, da kommen gleich schon wieder die nächsten. Okay, komm. Zurück. Okay, den kriegen wir nicht. Attacke. Attacke. Die Viecher kommen. Also Leute, ich sag euch, meine Meinung, Schrottspiel. Meine Meinung, Schrottspiel. Meine Meinung, Schrottspiel. Und schon wieder explodiert. Und schon wieder sind wir weggeflogen. So, 2300 haben wir. Das Ding haben wir geholt. Hier, größere Waffe. Maketenwerfer. Ja, das ist doch gut. Aber hier, Plasma-Bohrer. 1000. Gucken wir auch noch hin. Hier, 250. Was ist das? Außenhülle. So, haben wir. 320. Gibt's noch irgendwas? Nö, ne? Okay, dann lasst uns doch nochmal so ein, zwei Runden jetzt mit dem neuen Equipment loslegen. Und dann schauen wir mal, was uns das Spiel so geben kann. So. Ah, hier, gucke mal. So. Ist das kalt? Oh, ey. Habt ihr das gesehen? Der hat schon ein bisschen mehr kaputt gemacht direkt. Ich hätte für mich auch gerne einen größeren Bohrer. Oder was heißt ein Bohrer? Ja, sowas hier halt, ne? Na komm, so schaust du doch. Ah, okay. Den haben wir natürlich nicht mehr hinbekommen, ne? Oh, die Viecher kommen gleich schon. Wollen wir denn gleich mal hier bleiben? Ja, oder? Komm, wir bleiben gleich hier. Und los, Attacke, kommt schon. So, von wo kommen sie denn? Ah, von oben. Natürlich. So, und jetzt komm, runter, 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 bevor der da ist. Das hört sich total sexy an. So. Komm mal, herangerutscht auf den Zentimeter. Hier bitte her. Okay. So, dann schauen wir mal hier unten. Okay, hier geht nichts weiter. Schneller schwimmen ist nicht. So, langsam oder sicher habe ich den Dreh raus hier. Aber warte mal. Also erstmal hier weiter. Das geht sie ja auch noch durch. Hoppala. Okay, hier ist halt nichts mehr. So, einmal hoch. Ein bisschen nach da. Okay. Also geht es nur noch hier weiter. Ein bisschen runter. Okay, sie kommt schon wieder. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Schrei nicht so rum. Ist halt nicht so einfach, sich um zwei Sachen gleichzeitig zu kümmern, ne? So. Sexy. Abgearbeitet, die Jungs. Öhö. Und weiter geht's. Direkt hier rein. So, was ist hier eigentlich los? Aha. Okay, einer an. Na, 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 na. Okay. 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 So, wir bohren dann schon mal, solange wir können. Und dann im Nachhinein, wenn wir da wieder reingehen, sammeln wir den Kram mal auf. So, wir müssen eh gleich wieder zurück. So, komm. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Weil die Viecher wieder angreifen. So, schön runter. Ich hab das Gefühl, wenn du nur nach unten drückst, geht's ein bisschen schneller nach unten. So, ah, und schon geht's durchs, ja. So, jetzt nur noch den Dicken hier. Äh. Der Dicke sondert irgendwelche Geschwüre ab, die uns angreifen. Bleh. Da wird einem ja total schlecht. So, 14, was? Haben wir 14 Minuten noch Zeit? Mit Luft, oder wat? Na, komm her. Okay. Wo ist der Kram hier denn so? So, okay. So, schießen. Okay. Da geht's weiter. Oh, da ist was Großes. Was ist das? Krieg ich nicht rein? Okay. Krieg ich den nur rein, wenn ich leer bin? Das probieren wir gleich mal aus. So, wir müssen jetzt eh zurück. Weil die Viecher gleich wieder angreifen. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben's gleich. So. Attacke. Kommt ruhig. Traut euch. Ich trau mich ja auch nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommen sie. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, ich hab das Gefühl, das Spiel geht die ganze Zeit nur so. So, ich würd ja gerne mal gucken, was passiert, wenn die Zeit abläuft. So, jetzt nehm ich erstmal den großen. Okay, den muss ich angesaugt lassen. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich den angesaugt mitnehme. So. Den krieg ich auf jeden Fall nicht da rein. Okay. Du hast den Overdrive befunden. Alle 60 Sekunden kannst du für kurze Zeit beschleunigen, indem du die Umstelltaste drückst. Okay. Na, das ist ja genug Fisch, oder? Dann werd ich das mal dann benutzen. Wenn ich da gleich, äh, äh, in, äh, Stress ko- Oh. Wenn ich gleich in Stress komme, wegen den Viechern wieder. Ja. Ah. Okay. Ah, ja. Oh. Hey. Okay, es ist vorbei. Äh, lauf doch. Mach doch. Die Viecher greifen an. Hey. Magic Taste. Oh Gott. Okay, noch ist mein Gerät heile. Oh Gott. Oh 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 oh. Na komm. Und schon wieder Schrott. Okay, aber wir haben ordentlich Knatter gemacht, ne? So. Ressourcen-Staubsauger Level 2. Okay. So, was haben wir hier? 1200 noch was könnten wir jetzt noch, haben wir nicht mehr. Okay. Ah, ah, ah. Okay, so sieht gut aus. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, das reicht für den ersten Eindruck. Jetzt seid ihr dran. Treasure, Treasure. Meine Meinung, Trash. Absoluter Trash. Aber vielleicht gibt es Liebhaber von euch da drunter für dieses Spiel. Ich definitiv nicht. Ich definitiv nicht. Bei mir wird es direkt wieder deinstalliert. Also, meine Freunde. Dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen hammergeilen Abend. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne Daumen nach oben da. Kommentiert auch. Ja. Müsst ihr. Ihr müsst kommentieren, ja. Ich muss wissen, ob ihr diese Spiele mögt. Ja. Ist es Trash oder ist es Treasure? Gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Spiel wieder dabei seid. Genau. Dann ist denne. Ciao.